Ewiges Eis, so nennt man die atemberaubenden Landschaften in der Arktis. Auch Grönland ist ein Teil davon. Doch die Klimaerwärmung schreitet hier besonders sichtbar voran. Der Zeitraum zwischen 2001 und 2011 war die wärmste Dekade in Nord- und Zentralgrönland seit 1000 Jahren. Das Bremer Hafner Alfred-Wegener-Institut ermittelt das in einer Studie, die unter seiner Leitung stattfand. Dabei wurden Temperaturen und Schmelzraten anhand von Eisbohrkernen bis zurück ins Jahrtausend analysiert. Um eineinhalb Grad soll sich die Region in den Höhenlagen des massiven grönländischen Eisschilds im vergangenen Jahrhundert bereits erwärmt haben. Dies sei zwar befürchtet worden, führen die Wissenschaftler aus, doch die Eindeutigkeit und Prägnanz sei dennoch unerwartet gewesen. Ja, es bestätigt die schlechten Nachrichten, die wir leider schon kennen. Ich würde gerne positivere Nachrichten überbringen, aber die Botschaft ist klar, dass wir diese Erwärmung unter Kontrolle bekommen müssen, um auch das Abschmelzen des grönländischen Eisschildes zu stoppen. Das ist die klare Konsequenz daraus. Der Eispanzer auf Grönland gilt aufgrund seines riesigen Volumens von drei Millionen Kubikkilometern als ein potenzieller sogenannter Kipppunkt im Erdsystem, sollte er abschmelzen.